was geht ab leute willkommen zurück sogar warfare 2 ich habe mich ein bisschen schlau gemacht und habe rausgefunden man kann wohl im sticker heft wenn ich jetzt auch von zitronen gehe dann steht da verbesserungen 1 von 8 die kann man hier aber nicht angucken sondern wenn wir in die in die auswahl gehen können wir hier auf anpassung klicken und dann kann ich hier spielcharakterverbesserungen einsehen genau und dann kann ich quasi drei auswählen die ich haben will und das 8 verbesserungen gibt muss ich mir aus 8 verbesserungen drei aussuchen mit denen ich spielen will genau und diese regenerationsverzögerung upgrade haben wir letztes mal freigeschaltet mit diesem upgrade dauert ist weniger lange bevor deine gesundheit beginnt sich zu regenerieren das nehmen wir doch gleich mal das ist doch cool hat er das jetzt gespeichert ja okay wenn wir schon dabei sind dann geben wir ihm gleich sein mikro damit er hier sich kommunizieren aus form verändern okay alles klar gut wer spielt aber jetzt ich würde sagen ich nehme mal jetzt ich probiere mal den major eins aus der hat eigentlich ganz coole fähigkeit er ist halt voll auf damage gedrillt der kerl der hat halt einmal diese folgen hier dann hat er einmal den butter schlag war 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 genau dann kann er eine rakete also zwei meist raketen abschießen und den mega jump einfach richtig cool und ich würde sagen weil es so schön ist spiel wäre es doch unter online und habe ich schon mal jetzt hier schnell was ich hier online holen können zwei teleporter ja blöd kann ich nicht ach so habe ich schon angenommen hier drei abschließere vorlagen zehn spiele abschließend fünf spiele team sieg da ist ja und die player bitte da gibt es doch das gibt es nur alles wie wir über die serie übernahme die ultimative schlacht um so für wir eine Mischung aus Krautangriff und Gärten und Friedhöfe Platz und Service kämpfen um die Kontrolle eine weitläufige Karte die Musik wer als erstes ist die das hat erst 50 Gegner gekillt hat klar da war dann nämlich doch zwei auch auch geil da muss ich einfach reinlaufen hierher Saat der Zeit der Zeitreisenden Freizeitpark wurde 1202 von der okay na jetzt bin ich ja mal gespannt wie die Maps so sind was haben sie ja gesagt eine Mischung aus Krautangriff und und Gärten und Friedhöfe was ist denn Krautangriff bitte toll toll das ist doch schon ist doch schon wieder ist doch schon wieder noch ja gut das ist die beta was rieche ich mich auf ich möchte ich mache noch mal an und kommen wenn ich dann gleich noch mal ab auf Spannende Musik Eine Kostruhe vom Hinterhof-Kampfleute. Diese Witter legt der Fokus auf Verbesserungen in den Multituts, du behältst die Zukunft auf eine echtwitzige Fitness auf dem Hintergrundfluss. Schau dich um und komm im Februar für die volle Erfahrung zurück. Äh, okay. Willst du mir jetzt damit sagen, dass ich nicht Multiplayer spielen kann? Ja, doch. Will ich aber. Ich nehm noch mal. The Major? The Major Mice? Da wollte ich doch hin. So. Spielpartner wird gesucht. Hui, da schweben wir. Spieler gefunden, hoffentlich vergeht's jetzt. Oh Gott, Leute. Macht doch euern Ton aus. So, ich kann mir hier extra nochmal rausgehen. Ja, Major Mice, bitte. Ich mach das gleich aus. Wie mache ich das? Muss ich verteidigen? Aber ich kann die nicht stumm machen. Das bist du hier, ne? Ach Gott, danke. Verteidigen. Na, auf geht's. Ganz klassisch, wie früher. Boah. 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 Gott, bin ich schlecht, Mann. Was ist los? Aua! Mich hat jetzt echt so ein Wicht gekillt, oder? Äh, äh, da liege ich. Nein! Ey, Wicht ist echt nicht einfach, gegen den zu spielen, weil er einfach so klein ist. Oho. Oho. Oho, fuck. Der ist krass, der Roboter, der ist krass. Der ist krass. Was mir gleich auffällt, ich bin echt langsam mit diesen Majors, mit diesen meisten Typen. Wo! Oh! Mission erfüllt. Keine Ahnung, was das war eine Waffe. 2000 Münzen. Geil. Wem hat der Papage? Was war das für ein Papagei gerade? Ach, das kann... Der war vom Pirat, kann nicht sein? Aua. Ey, diese Wichte sind echt fies. Die haben echt nicht viel Leben, glaube ich. Was müssen wir eigentlich machen? Ah, verteidigen wieder, okay. Hä? Das ist ja geil. Wo ist das jetzt? Oh! Alter, wie schnell killt der mich denn bitte? Ist ja krass. Das ist ja übel. Okay. Stört. Nein! Nein! Jetzt hat er genau mich angegriffen. Die'...dieß nicht zu scheiße. ist Und wenn ich mich hinter dem, hinter dem Zitronen verstecke, müsste ich ja eigentlich auch geschützt werden, als du dich jetzt hinter uns entschlichen hast. Boom! Wie denn, du bist nicht tot? 248 Schaden, du bist nicht tot? Das gibt's doch nicht. Los, los, los. Nice, den haben wir. Da kommt so ein fetter. Boah, der ist so krass. Den haben wir. Komm schon, Blümchen, ich hol dich zurück. Den haben wir auch. Was läuft's gerade? Äh, die kommt von da, die kommt von rechts. Die kommt von da rein. Oh, was hat der da für eine Kanone, Mann? Krieg den, krieg den, krieg den, krieg den, krieg den, krieg den, natürlich nicht, weil ich zu blöd bin, bin zu blöd, so ein Scheiß. Ich sollte hier verschwinden, oh Gott. Ich kenne halt die Maps auch nicht, muss ich durch das Portal da durch, oder was? T-Gypt, wir sind im T-Gypt. Die Maps ist auf alle Fälle cool. Gefällt mir. Nein, wie viel hatte der noch? 31. Diese Fähigkeit ist nicht so, nicht so berauschen, ne? Aber ich mach's ja einfach nur verkehrt, das kann auch sein. Aber man zieht ja immer noch überall die Zitronensumkugel. Das gibt's nicht. Also, wir hoffen, hinten noch einer tollen. Scheiße. Da war ich mich schon wieder. Auch haben wir den jetzt schon verloren, er hat es, ah ja, das ging ja schnell. Es geht hier so, man muss wohl werden. Alter, das sieht sich geil aus, man. Temple of Confusion. Der Gigi-Scan-Coaster. Sind wir hier in einem Freizeitpark, kann das sein? Und hier so viele verschiedene Themen. Na komm. Boom. Hahaha. Den haben wir gegeben. Hier, Luftschlag, boah. Aua. Aua. Das ist ja gemein. Fassknaller. Dass sich der Pirate dein Fass verstecken kann, das wusste ich ja. Aber... Oh. Samen. Das sieht so klein aus wie zappt, zopft. Wo ist er hin? Ah ja! Reitungszombie! Ah! Da ist wieder die Frau. Ich schätze mal, dass man als Ziege auch weniger Leben hat. Ei! Oh, fuck! Ich triff's in meinen Luftschlag noch. Bam! Jawoll! Oh, ha, ha! Oh, ha, ha! Er schießt da, er schießt da. Da ist die Frau! Oh! Wer weib' ich jetzt auf mich? Boah! Ich weiß halt nicht, wie man das steuern kann. Ob das... Nein! Er hat nicht gekillt. Dieser scheiß Papagei. Ob man den auch so steuern kann, wie die Drohnen? Wie die Knoblauchdrohne? Oder die Drohne von der 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 Drohne. Komm, Ingi, ne? Nein, 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 nein. Das war mir so gut. Komm schon. Das muss jetzt so bleiben. Ah, ich kann damit auch hochspringen. Das ist natürlich geil. Ist jetzt los? Vorbei, oder was? Haben wir gewonnen, oder was? Ja, Hälfte, Hälfte. Ha! 16k, jawoll. Gibt's jetzt auch wieder so ne Übersicht? Beste Spieler. Nice, ich gehöre dazu. Nice. Ist jetzt nicht euer Ernst. Ich bin Vorlagenmeister und Heilmeister, oder was? Äh, meiste Wiederbelebungen, meine ich. Meister Wiederbelebungen. Hauptsache, ich habe nur zwei wiederbelebt. 29 kills hat der krass. Statistiken. 15 Chaos. Erledigte Spieler auch 15. Präzision. 14 Prozent. Weißt du, das ist echt schlecht. Boah, ich muss mich erst wieder einspielen. Krass. Ne 11er Serie hat er hingelegt. Nice. Sticker Laden. Nice. Das soll es aber erst mal gewesen sein, jetzt. Ja, Major Meister ist, er hat halt drei Fähigkeiten, mit denen man wirklich Damage rausrotzen kann. Aber, äh, ja, es ist, er ist nicht, man muss halt wissen, wir mit ihm, was ist das jetzt? Hinterhof. Ja, ja, das kenne ich schon. Okay. Leute, ich wünsche euch eine gute Nacht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.